Hallo zusammen, hier ist Christian von Beachinspektor und ich bin am Long Beach bei Aonang. Ihr seht schon, hier geht es recht ruhig zu, hier sind nicht viele Menschen, obwohl der Strand ziemlich nah dran liegt am quirligen Treiben von Aonang. Das liegt daran, dass hier im Hintergrund am Ende des Strandes eine Flussmündung verläuft, die ihn abgrenzt vom Ortskern. Hier findet ihr hauptsächlich Menschen, die in den Resorts wohnen, die entlang des Strandes mit recht großem Abstand zueinander gebaut sind. Das sind eher preisgünstigere Resorts, eher ein bisschen alternativ. Da könnt ihr in kleinen Hütten fast direkt am Strand wohnen und es euch dann in einem der Liegestühle bequem machen und den wunderbaren Ausblick aufs Meer und auf die vorgelagerten Inseln genießen. Die Restaurants und die Bars von diesem Resorts stehen größtenteils der Öffentlichkeit auch offen. Da könnt ihr also auch als Tagesgäste hin. An sich ist es hier ein wirklicher Traumstrand, um zu entspannen. Viel Ruhe, tolle Badebedingungen. Das Problem ist nur, dass hier leider relativ viel Müll vor Ort ist. Vor dem Resorts direkt wird er zwar wohl regelmäßig weggeräumt, aber in den Randbereichen ist doch einiges davon zu finden, was gerade für Strandläufer doch sehr unschön ist. Schade, vielleicht ändert sich das nochmal, aber im Moment ist es ein kleiner Wärmungstropfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017